Hier bin ich aufgewachsen. Meine Eltern haben alles dafür getan, dass ich die besten Chancen bekomme. Ich will auch für Berlin die besten Chancen. Berlin ist eine großartige Stadt, eine Weltstadt, unser Zuhause. Doch Berlin wurde in den letzten Jahren schlecht regiert. Ich will anpacken, damit Berlin wieder funktioniert. Für eine digitale Bildung und Verwaltung, für eine starke, nachhaltige Wirtschaft und Mobilität, sichere Arbeitsplätze und bezahlbare Mieten. Für Sicherheit und Sauberkeit. Als Regierender Bürgermeister werde ich die ganze Stadt in den Blick nehmen. Gemeinsam mit Ihnen will ich unser Berlin besser machen. Dafür bitte ich Sie ganz persönlich um Ihr Vertrauen. Berlin braucht einen Neustart. Wählen Sie CDU.